Das letzte mal bei White Day. Oh er ist grad ganz oben. Oh nein. Was? Was? Der war eben noch ganz oben. Du willst mich doch aufs Kreuz legen. Das gibt's doch nicht. Ich kann das leider auch nicht abwiegen. Ich hab nicht genug Gewichte für die Spinne. 50 Gramm. Hier ein Gramm. Die Schreibmaschine. Es gibt noch so viel was ich vervollständigen muss Leute. Und ich weiß nicht wie leider. Ich weiß leider nicht wie das geht. Wenn ich wenigstens zurück könnte. Einfach mal zurück gehen. Aber nein. Dieser doofe Fuchsgeist lässt mich ja nicht. Ich sag vielleicht jetzt mit dem Glöckchen. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht. Die Kratzer sind weg. Hä? Ja die Kratzer sind weg. Was ist da los? Komme ich jetzt etwa zurück? Ich komm zurück. What? Wow. Direkt werde ich wieder von ihm begrüßt. Wie gut. Ich komm wieder in die erste Schule. Ich pack's ja nicht. Ich bin... Warum kam ich jetzt eigentlich zurück? War das bei ihm ein Glöckchen? Oder wie? Oder wie? Oder wer? Oder warum? Und weshalb? Und ich weiß es nicht. Oder wie? Oder wie? Na komm schon. Du willst es doch auch. Komm rein. Sag hallo. Nimm dir einen Keks. Du Arsch. Und dann lass uns drüber reden. Wie doof du bist. Okay. Der gibt jetzt schneller auf als sonst. Oder glaub mir ist es nur so vor. Alles cool. Also ihn habe ich lieber als den anderen. Wirklich. Weil er ist glaube ich A. Nicht so schnell. Oder? Und B. Kenne ich hier meine Ecken. Weißt du? Da gibt es nicht so große offene Flächen. Hier gibt es nur kleine Gänge. Und das ist gut so. Wir müssen jetzt da rein sein. Auf den Gang meine ich. Erstmal kurz gucken. Erstmal ganz hoch. Schauen wir uns mal von oben nach unten um wieder. Oh Gott. Diese Geräusche. Dieses. Wuuuuh. Das ist so wunderwunderschön. Wundere wunderschön. Schöne Geräusche überall. Okay. Geht auch. Ach genau. Bei ihm wollte ich noch was machen. Pass mal auf. Und zwar die Anatomie Puppe. Wenn man da einen hohen Puls hat. Pass mal auf. Was unter anderem geht. Indem ich die ganze Zeit eine Kniebeuge mache. Und die Gasbrenner noch anmachen. Genau. Passiert aber nichts. Warte. Warte. Ausgleich, jetzt kommt er wieder, der Humpelmann. Nee. Okay, aber irgendwas war mit der Puppe auf jeden Fall. Wenn man sich die ganze Zeit vorher auf-nieder-auf-nieder... Auf und nieder, immer wieder, dann kommt wohl was. Oh Gott. Dies war aber komischerweise nicht, ne? Kannst du mal bitte anbleiben, das Licht? Dankeschön. Jetzt sind wir nämlich verdammt unheimlich mal wieder. Oh nein. Sie ist schon wieder da. He, he, he. Nein. Nein. He, he. Du alter Sack. Ja, du kannst doch viel pfeifen, wie du willst, du Pfeife. Ich komm mit dir. He, he. Diesmal komm ich eben. He, he, he. Oh Gott, der Humpelmann, ne? Der alter Humpelsep. Puppe fräht. Entschuldige. Oh. Oh. Es ist so warm. Es ist so warm. Wo geht er denn hin? Und er kam wieder zurück? Ich glaube er kommt wieder zurück. Ich glaube er kommt wieder zurück. runter gegangen oder hoch im Stockwerk. Wollte eben schon sagen, das war hier wo die Puppe war, aber die ist ganz woanders. Das sieht irgendwie komisch aus da unten. Das Klavier. Hier war auch nichts mehr, ne? Kinder. Ich frag mich, ob ich was groß übersehen habe, weil... Ich geh nicht. Warte mal, diese eine Idee hier vielleicht. Irgendwas, was ich machen kann. Ich mein, man sieht ja... Nee. Oh, oh, ich glaub da kommt er. Eben ganz kurz was durch die Tür klippen sehen. Aber er ist aber gerade unter mir. Ich geh mal runter, Leute. Ich geh mal wieder ins erste Gebäude. Könnte aber auch hier sein gerade. So, warte ganz schnell die Optikerlinse. Ah, guck mal, jetzt haben wir die erste schon mal. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Aber ich brauch noch die zweite. Würd ich die zweite Optikerlinse. Für ihn glaub ich. Ne, ich muss nochmal rüber ins erste. Da gibt's noch mehr zu tun, Scooby-Doo. Oh, Gott, ich hab's überall. Jetzt kann man die ganze Zeit kleine Viecher an mir rauf. So ganz, ganz widerlich. Oh. Ah. Nein, 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 nein. Das war Cheaten, Mann. Du warst nicht vor mir. Du warst gewiss nicht vor mir, du Schwein. Ganz gewiss nicht. Hat jeder hier gesehen. Oh, das ist ja mies. Oh, 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 oh. Aber ich bin gleich richtig. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Habe ich alle fünf Mathematikteile gefunden eigentlich? Oder? Ach Gott, wo sind sie denn? Fünf habe ich sehr gut. WTF. Ja. Irgendwas ist runtergefallen. Ah, eine nicht korrekt gelöste Gleichung. Oh, das ist nur eine Geistergeschichte. Aber auch cool. Nahie ging in die 11. Klasse der Yi High School und war eine exzellente Schülerin. Sie war klug und extrovertiert und in den Augen ihres Klassenlehrers der Star der Klasse. Womöglich war das der Ursprung ihres Hochmuts. In Anwesenheit des Lehrers verhielt sie sich stets, als sei sie besser als der Rest. Ihre Klassenkameraden hassten sie dafür und mieden sie, doch Nahie war das egal. Mir doch egal, was diese Versager von mir denken, dachte sie sich. Nahie war stolz und sehr von sich selbst eingenommen. Eines kühlen Herbsttags unterrichtete ein Klassenlehrer Mathe in der fünften Stunde. Es war die Stunde nach der Mittagspause und ein frischer Windhauch wehte durch das Fenster. Die meisten Schüler drohten, während des Unterrichts wegzunicken. Um die Klasse aufzuwecken, rief der Lehrer einige der Schüler an die Tafel, um Gleichungen zu lösen. Eine der aufgerufenen Schülerinnen war Nahie. Der Reihe nach lösten die Schüler die Gleichungen und kehrten an ihre Plätze zurück. Da die Aufgaben sehr einfach waren, hatte auch niemand Probleme, außer Nahie. Sie hatte die Frage falsch gelesen und die Gleichung falsch gelöst. Für jemanden ihres Talents war das geradezu unerhört. Der Lehrer wies Nahie vor der ganzen Klasse für ihren dummen Fehler zurecht. Er wollte ihr den Ansporn geben, so einen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Nahie wagte vor Scham nicht den Kopf zu heben. Sie lief knallrot an. Die anderen Schüler konnten nicht aufhören zu kichern. Zu sehen, wie der Liebling des Lehrers vor ihren Augen gescholten wurde, war zu befriedigend. Als der Lehrer am Ende der Stunde das Klassenzimmer verließ, sprachen alle darüber, was mit Nahie geschehen war. Sie waren froh, ihr endlich etwas vorhalten zu können. Nahie war wütend. Sie war wütend auf den Lehrer, der sie lächerlich gemacht hatte. Wütend auf die Klassenkameraden, die das als Anlass nahmen, sich über sie lustig zu machen. Und wütend auf sich selbst dafür, die Gleichung falsch gelöst zu haben. Selbst daheim konnte sie nicht aufhören, darüber nachzudenken. Sie hasste ihre Augen dafür, die Frage falsch gelesen zu haben. Es ist meine Schuld, sagte sie sich. Äh, es ist nicht meine Schuld, sagte sie sich. Sie überzeugte sich, dass es nicht ihr Problem, sondern dass ihre Augen war. Bald darauf verklang ein furchtbares Geräusch und das Arbeitsbuch auf ihrem Schreibtisch wurde in rot getaucht. Am nächsten Morgen erschauderten Nahies Klassenkameraden vor Horror, als sie erfuhren, dass Nahie sich mit einem Messer die Augen ausgestochen hatte und verblutet war. Oh. Daraufhin verbreitete sich das Gerücht, dass wann immer eine Gleichung auf der Tafel gelassen wurde, Nahies Geist erschien, um mit leeren Augenhüllen auf die Fragestellung zu starren. Geil. Hör mal auf jetzt. Dankeschön. Funktioniert ja. Ist das widerlich. Warum macht sie sowas? Kann sich doch nicht einfach mit einem Messer die Augen ausstechen. Ist er jetzt weg? Ich sehe es nicht so gut. Und hier muss ich den Brief reinwerfen, ja? Oh nein! Was? Von links? Wie kommt er denn von links? Das ist nicht richtig mit dem Trottel. Oh nein, ich bin da oben. Warte mal, hier war auch noch was mit einer Damentoilette, oder? Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Oh Gott, das ist doch wieder und ich gerade wieder der Typ. Oh warte, ich muss das erstmal wegstreichen. Also, ähm, Derothan, Bibliothek, Buch untersuchen, hochschauen. Dankeschön Derothan dafür. Ähm, Scary Bümke, Kniebeugen vor der Puppe, hat leider nicht funktioniert. Das mache ich vielleicht nochmal. Und Neromeit hat vermutet, dass man den Liebesbrief in der Box ablegen muss. Mal sehen. Ähm. Ah. Suzuki, Damentoilette, Hauptgebäude, erster Stock. Unten durchgucken. Das mache ich gleich, wenn ich auf die Damentoilette darf. Weil ich bin gerade bei den Herren, glaube ich. Zieh dich jetzt weiter. Zieh dich jetzt weiter. Soll ich hier unten durchgucken? Ne, warte mal bestimmt. Hier, oder? In so eine Toilette soll ich reingehen und dann durchgucken. Habe ich das an, wenn ich... Oh ne, mach da nicht. Die Toilette ist es nicht. Vielleicht die hier. Ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Toilette sein muss, aber... Da war ich gar nicht so scharf drauf, um ehrlich zu sein. Passiert ja gar nichts. Vielleicht war die das jetzt schon. Ich weiß nicht. Vielleicht war das schon die Scherenfrau, die ich gesehen habe. Oder vielleicht hier drüber gucken. Ich weiß ja nicht. Ne. Kommt er da schon wieder? Oioioioioi. Du bist doch ein Schwein. Lass mich doch mal ein bisschen hier auf dem Damenklo rumwuseln und suchen. Oh Gott, oh Gott. Du bist ein Ekelpaket. Du bist ein Ekelpaket. Geh bitte. Ich frage mich echt, sehen die das nicht? Sehen die nicht diese ganzen Geister, die hier rumwuseln und machen und tun? Ne, also leider geht das wohl nicht. Ich hätte gern den Geist noch gezeigt, aber es will wohl nicht so ganz. Aber ihr sagt doch, warte. Hauptgebäude. Äh. Hauptgebäude erster Stock. Da bin ich doch jetzt. Ja. Hauptgebäude erster Stock. Vielleicht auch das zweite Hauptgebäude. Vielleicht ist es auch das. Was? Ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben Hauptgebäude. Kann ich da eigentlich nochmal drüber klettern? Ne, ne? Ich hoffe, er ist jetzt weg. Mach die Tür jetzt so bitte. Dankeschön. Wird es gut, wenn er mitarbeitet. Mein lieber Humblefredi. Das Kätzchen hatten wir. Ich hatte glaube ich alle schon soweit, oder? Ne. Okay. Und hier musste ich die Schlüssel kombinieren, dann haben wir das auch. Das ist mir die Madness. Eine Kombination aus zwei Schlüsseln. Der sieht aus, als würde er in ein kleines Schloss passen. Sehr geil. Sind also die Bonusschlüssel, ja? Geht das hier? Nein. Nein. Schade. Wo war denn noch ein Schloss, das ich nicht öffnen konnte? Weiß das leider nicht. Aber offensichtlich ist hier jetzt nichts. Was? Ja. Latsch über mir nur rum. Ist okay. Das ist auch okay. Oh Gott, Kinder hat mein Herz, ne? So, verbrauchbar. Ich habe keine Münzen mehr. Das ist schlecht. Also habe ich alles, was ich an Heilung habe, jetzt ist der Rest sozusagen, ja? Sag mal, Love is medium madness. Vielleicht kann ich jetzt irgend so eins hier aufschließen? Geht das jetzt? Ne. Bis zum nächsten Mal. Do you.